...Szene, den Rapper-Kollegen und 2005 kommt das erste exquisite Tape, doch den... Ja, das sind meine Freunde, mein Name ist Tomageddon und willkommen zu diesem... ...Vlog. Es ist ein provisorischer Vlog, sagen wir es einfach mal so. Ich will euch ein bisschen in mein Wochenende mitnehmen. Ich denke mal, das trifft sich einigermaßen gut, dann sieht ihr ungefähr, wie ein typisches Wochenende bei mir so aussieht. Ist ja auch immer so ein bisschen spezifisch. Normalerweise hätte ich heute Abend Kickboxen, deswegen nehmen wir das Ganze am Freitag auf. Aber heute ist dann stattdessen, gehen wir in den Club, da ein Kumpel von mir Abschluss hat und deswegen wird heute Abend abgedanzt. Aber sowas von. Und dann gucken wir mal, wie sich das Wochenende noch so entwickeln wird. Denn Wochenenden bei mir sind eigentlich immer sehr unterschiedlich, da das meiste immer relativ spontan kommt. Ich würde sagen, auf geht's, beziehungsweise. Also ich mache mich jetzt auf den Weg in den Club und ja, ich versuche da drin in irgendeiner Form irgendwas aufzunehmen. Auch wenn es nur mit dem Handy im Endeffekt ist. Wegen das Ding ist halt, ist es schwer, die zu transportieren. Wegen ich habe hier gleich Portemonnaie drin, hier Handy, da Schlüssel, da passt und was weiß ich noch. Ich nehme mir auch schon eine Jacke mit, um irgendetwas abzulegen. Aber das sind halt so die grundlegenden Dinge, die man im Club immer mitnehmen sollte. Vor allem im Club sollte man immer aufpassen. Man weiß nie, was für Leute da rumlaufen. Vor allem bei uns im Club, das ist immer so. So, ich warte die ganze Zeit auf meinen Kollegen. Mal gucken, was er kommen mag. Seit 10 Minuten. Fienste, cool. Ey Diaglo! Ich nehme auf! Oh nein! West Coast! West Coast! Call the coast when you see, Thomas. So Freunde, wir sind gerade auf dem Weg zum Park, beziehungsweise die Disco, wo wir hinwollen, ist da hinten. Und wir sind auf dem Weg zu unseren Freunden. Wir suchen die gerade. Ich fühle mich gerade wie so ein Oberhipster. Er ist aber mega chillig für mich. Man muss ja ein bisschen austesten. Ah! Wir wollen, dass ich wieder mit der Ficke, als würde mich das Juken für viele Mücken stichen. Freunde der Sonne, bin zu Hause angekommen. Freunde, das waren zwei bis drei Weißen zu viel. So, wir sind jetzt am Samstag. Der Morgen beginnt. Es ist halb zwölf. Der gestrige Abend war lit. Auf jeden Fall kommt heute ein Kollege von mir vorbei. Wir müssen einen Bio-Vortrag machen und dann mal gucken. Ich muss vor allem heute irgendwas aufnehmen für die Woche oder generell auch für heute. Ich habe null Videos auf Vorrat. Die Woche war sehr anstrengend. Ich war immer sehr lange wach wegen. Ich hatte halt keine Zeit zum Aufnehmen. Konnte am Abend immer so ein, zwei Folgen machen, Maximum. Und ja, deswegen versuche ich es jetzt irgendwie am Wochenende. Ich nehme gleich noch Pokémon auf in dieser Verfassung. Ist immer lustig. Pokémon sind immer so die Folgen, wo ich irgendwie total erschöpft bin oder fertig vom anderen Tag oder so. Geil. So, das was ich am Wochenende gewöhnlich mache um diese Uhrzeit. Wir haben es gerade 13, 23. Ist das Aufnehmen? Ja, wegen ich habe noch 100 Minuten. Eigentlich würde ich jetzt richtig viel aufnehmen. Vor allem nach der YouTube-Pause. Ich habe mega Bock wieder aufzunehmen. Klappt leider nicht. Wir haben ein Kollege kommen vorbei und wir müssen halt Bio machen. Aber ich habe vor, ich weiß nicht, ob ich es durchziehen werde, aber ich versuche die Kamera irgendwo so hinzustellen. Der weiß das noch nicht mit YouTube, aber er ist echt ein guter Kollege. Dem kann man das ruhig mal anvertrauen. Deswegen, das wird auf jeden Fall mega lustig, denke ich mal. Und ja, mal gucken, wie er reagiert mit dem YouTube. Ist schon alles offen. OBS, Logitech. Hallo. Boah, das ist Inception. Ähm, ja. Je. Aufnahme wurde jetzt getätigt und jetzt ist es natürlich Zeit für die Videobearbeitung. Das muss ja auch alles sein. Deswegen machen wir das Ganze auch, also schneiden dauert generell 10-15 Minuten Maximum. Immer mit Ton anpassen, kurz reingucken, ob alles passt. So, Randa, Pokémon, Perl, Rame, hier. So, und ja. Das ist eigentlich in Ordnung. Macht auch Spaß auf jeden Fall. Nein, das ist hier ein Thumbnail. Sprich hier, ich arbeite jetzt mit Photoshop und ändere dann gleich so die ganzen, ja, Dinge so. Je. L-K-S-Beats. 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 Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, das mit der Reaction hat nicht so geklappt. Der wusste schon Bescheid von einem anderen Kollegen. Das merke ich mir jetzt, Herr Deos. Und ja, es ist jetzt Sonntagmorgen. Ich bin heute früher aufgestanden. Um 10 nach 9 ungefähr ist für meine Verhältnisse schon früh. Weil ich Sonntag immer nutze, um mindestens lange zu schlafen. Vor allem gestern, da ich halt vom Club kam und relativ wenig geschlafen habe. Und deswegen werde ich jetzt einfach die Zeit nutzen, um ein paar Folgen Layers of 4 aufzunehmen. Denn, ja, eigentlich sollte heute die MK8-Folge kommen. Aber dadurch, normalerweise sollte am Samstag schon Pokémon kommen. Und nicht erst Sonntag. Aber gestern Abend bin ich eingepennt um 8 Uhr. Und bin dann halt irgendwie um 9 wieder aufgestanden. Und dachte mir so, oh nein, das ist jetzt viel zu spät, um Pokémon zu droppen. Deswegen habe ich das heute einfach gemacht. Und dann würde später noch Layers of 4 kommen. Und deswegen kam MK8 erst Montag. Und meine Frisur ist on fleek. Ja, ja, ja. Aber es wird jetzt erstmal aufgenommen. Der schöne Porsche Cayman ist zu sehen. Und hier meine Programme. Die Facecam muss natürlich dezent dunkler eingestellt werden. Das ist schon wieder Kameraception hier. Man will ja hier ein bisschen gute Stimmung aufbauen am Morgen. Ja, ja, ja. Hallöchen, meine Freunde. Mein Name ist Thomas Gerdon und willkommen im Haus der 1000 Stimmen. Spookies House of Jumpscares ist von gestern. Heute heißt es Spookies House of Voices. So, es ist Sonntag. Sonntagmorgen. Und da heißt es natürlich wie immer ins Gym. Beziehungsweise Sport mache ich sehr gerne. Spiele eine wichtige Rolle in meinem Leben. Normalerweise hätte ich auch Freitag zum Pickboxen gemusst. Aber Abschluss vom Kollege war natürlich wichtiger. Deswegen, auf geht's ins Gym. Miep miep. So, es war es. Und da waren explosions. Aus dem Haaren. So, es war für die Volle. So, wir laufen das in meinem Leben. So, wir haben das builds. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Hier kommt gleich ein Kommentar von Alex. Das ist immer ein Prädikat für schön lange Kommentare, die alles zerbersten. Sagen wir es einfach mal so. Dann werde ich gleich noch den Stream vorbereiten. Ich habe heute vor zu streamen und dann muss ich heute Abend noch Bio machen, Mathe und was weiß ich, was da noch alles ansteht. Vor allem noch Mario Kart aufnehmen, schneiden, rendern. Dann wird ein knackiges Programm noch heute. Gut, wir haben jetzt Sonntagabend und ich bin mit dem Stream fertig. Habe mich gestärkt, ein bisschen Abend gegessen und jetzt geht es los mit den ganzen Schularbeiten. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Ein Bio-Vortrag über den Magen. Sprich, Verdauung. Und das ist ganz schön komplex. Sprich, du kannst aus so einem Text eigentlich jeden Satz abschreiben, weil jeder Satz wichtig ist. Aber man versucht es immer auch das Wichtigste zu reduzieren. Vor allem, wir haben erfahren, dass wir einen Vortrag machen müssen. Der muss 10 Minuten dauern. Das war es aber auch. Worauf wir uns beziehen sollen, keine Ahnung. So, das war eigentlich der kleine Anblick schon jetzt so fürs, wie mein Wochenende so einigermaßen aussieht. Kann es sein, dass gerade es leckt? Die Camera lag gerade. Das liegt aber auch daran, dass der Speicherplatz das voll ist, aber ich denke mal, es dürfte gehen. So liegt es eventuell am Licht. Warte mal. Wir probieren mal mehr Licht. Ist das Magic? Ja, das ist echt Magic, der lag am Licht. Okay. Okay, so, wir befinden uns jetzt hier am Sonntagabend. Ich habe gerade noch die Mathehausaufgaben fertig gemacht. Wir haben es gerade kurz vor 10 und ja, ich habe noch ungefähr 7,5 Stunden zum Schlafen. Aber dadurch, dass ich um 10 nicht schlafen kann, will ich mir jetzt irgendwie noch irgendwas auf Netflix angucken. Mal schauen, was sich da noch ergibt. Und ja, naja, willkommen im deutschen Schulsystem. Total übermüdet kann man am besten Unterricht machen, auf jeden Fall. Ja, ich hoffe mal, euch hat das Video einigermaßen gefallen. Ich muss selber gucken, wie ich das Ganze schneiden werde, aber bestimmt wird es schon ein bisschen unterhaltsam werden. Gut, Freunde. Wenn ihr sowas öfter sehen wollt, lasst mir einen Daumen nach oben da. Nein, Spaß beiseite. Schreibt es gerne unten in die Kommentare hinein. Und generell Verbesserungsvorschläge wären auch cool. Ich habe sowas bisher ja noch nicht oft gemacht, aber ich habe vor, sowas öfter mal zu machen. Vor allem, wenn ich irgendwas vorhabe oder generell sowas. Lässt sich das bestimmt mal gut einrichten. Naja, Freunde. Das war der grobe Überblick, wie mein Wochenende generell so aussieht. Dann können wir auch gerne unten in die Kommentare hineinschreiben, wie bei Wochenenden bei euch ungefähr aussehen. Würde mich auf jeden Fall interessieren, ob ihr auch eher so Partygänger seid oder ob ihr eher gerne zu Hause bleibt. Wobei wir das schon mal hatten, diese Diskussion. Wobei mehr Leute diesen Vlog wahrscheinlich sehen werden. Naja. Ich sehe dich in der nächsten Folge. Bye, bye. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.